...passieren kann. Also macht euch bereit und erledigt sie. Die Hände des Erntags sind geschwächt. Die Hände des Erntags ist reaktiviert. Er gehört Team. Pilot am Boden. Alles gut, alles gut. Bleibt zusammen. Wir schaffen das schon. Feindlich, die Schilde des Erntags werden beschädigt. Schilde des Erntags sind wieder bei 100 Prozent. Erntag treten. Feuern Raketen auf den Erntag. Die Dinger sind verrückt. Schaltet sie aus. Team, beschützt den Erntag, während die Schilde geladen werden. Die Schilde des Erntags sind wieder online. Elektro-Titons, vorsichtig. Zeitliche Zeiten attackiert. Anzürieren. Verstanden. Ich folge Ihnen, Pilot. Warten auf. Attackieren mehrere Teile. Schilde des Erntags sind wieder bei 100 Prozent. Ihnen keine Sorge. Verstärkung ist unterwegs. Versteigungen. Die Geg Mitarbeiter. Schatten zu der Stört. Darstellungen. Dieôngование sind aus dem Weg. Versteigungen. Fuhrer Interge, unter1990- Hurra, unterr politically entnuxuelle Ich helfe hier mit! Die Schäden des Ernters sind geschwächt. Konzentriert euch. Schaltet alles aus, was sie beschädigt. Die Schäden des Ernters, vorsichtig. Die Schäden sind aus. Beschützt den Ernter. Ihr packt das. Feindlicher Titan zerstört. Großartige Arbeit. Die Welle ist durch. Bereit machen für die nächste. Ich hab noch ein paar Credits für dich. Kleiner Tipp. Setz sie klug ein. Los. Die haben Atom-Titans. Okay Team. Haltet sie vom Ernter fern. Sie werden versuchen ihn zu sprengen. Die Schäden des Ernters. Team. Die nächste Welle ist unterwegs. Okay. Begrüßen wir sie. Oder schießt sie ab. Hauptsache es wird was. Sieht aus, als hätte diese Welle Mörser-Titan zum Angebot. Und die können aus sicherer Distanz Raketen abfeuern. Findet sie. Die Schäden des Ernters werden beschädigt. Das muss aufhören. Die Schäden des Ernters werden beschädigt. Die Schäden des Ernters werden beschädigt. Die Schäden des Ernters verschädigt. Den Ant啦 zerstört. Sofort aufsteigen. Wenn sie noch mehr abliegen, falle Sham... ...des Alls aus! Die Schilder des Erdners müssen sich auf. Die Schilder des Erdners fallen jeden Moment aus. Schirmt ihn ab. Hergehört Team. Pilot am Boden. Alles gut. Alles gut. Bleibt zusammen. Wir schaffen das schon. Die Schilder des Erdners sind wieder online. Wir haben gerade einen Piloten verloren. Seid vorsichtiger. Die Schilder des Erdners haben gerade einen Piloten verloren. Seid vorsichtiger. Die Schilder des Erdners sind wieder bei 100%. Die Schilder des Erdners sind wieder bei 100%. Die Schilder des Erdners sind wieder bei 100%. Dein Tython ist bereit, wie du es bist. Bereit machen für Tython voll. Das kann ich besser. Bereit halten für das Tython-Ball. Wooo! Oh! Wir haben noch einen Piloten verloren, Team. Reißt euch zusammen! Wir haben einige verfündete Piloten, die wieder einsatzbereit sind. Also los! Legion zerstört! Das war erstklassige Arbeit, oder? Was sagst du, Davis? Davis? Ah, jetzt hat's ihm die Sprache verschlagen. Oh, das ist die Pfeife. Wurde die Pfeife hochschluent. Mach dir das. Zersichtbar ist. Auch die Pfeife. So, dass er die Pfeife herrschlückte, Bärensleiter für die Karte einzuführen wird. Was soll das aus? Das ist die letzte Welle, Piloten. Gleich ist es geschafft. Uncool. Feindliche Reaper nähern sich. Kein Problem. Ihr schafft das schon. Schießt einfach zuerst. Du bist ein Optimist. Wirst raus. Feindlichen Titans geht gleich online. Ich bin total... Okay, Party. Besuch von Feindlichen Titans. Bereit machen. Feindlichen Titans zerstören. Schöne Arbeit. Sein Geschütz scheint auf Dorker geordnet. Bereit machen und ausschalten. Nehmt. Da unten sind feindliche Reaper. Erledigt die Bieste. Alle Kette scheißen den Marker aus. Vorsicht, Team. Elektro- und Atomteisen schmerzen sich. Schaltet sie gemeinsam aus. Mit Teamwork kommt man immer aktiviert. Hör zu, Leute. Die Schilde des Erntlers werden beschädigt. Das muss aufhören. Das hat er jetzt davon. Das hat er jetzt davon. Ich glaube, sie sind verzweifelt. Die schicken alles, was sie haben. Macht euch bereit. Leute, wir haben gerade einen Piloten verloren. Seid vorsichtiger. Schilde des Erntlers sind geschwächt. Konzentriert euch. Schaltet alles aus, was sie beschädigt. Schilde des Erntlers reaktiviert. Gute Neuigkeiten, Team. Eure Verstärkung ist da. Durchhalten. Dein Titan ist fast bereit. So stellt man einen Turm Titan kalt. Die Schilde des Erntlers werden beschädigt. Die Schilde des Erntlers werden beschädigt. Und so erledigt man eine feindliche Rode. Feindliche Teilen sind passiert. Feindliche Skorts neutralisiert. Die Schilde des Erntlers sind wieder bei 100%. Das wird冷革isch rein tun. Die Schilder sind wieder bei 100%. Die Schilder sind wieder stärker in diesem Fall. Mission erledigt, Piloten. Ihr habt den Antrieb der S-Plotte abgewehrt. Gute Arbeit. Jetzt haben wir uns zu dringend bei Barker verdient. Wir sehen uns beim nächsten Mal.